Servus liebe Volksmusikanten und Keyboard-Kollegen aus der Korg-Abteilung. Ich grüße euch aus den Bergen meiner Heimat Bad Hofgastein und freue mich euch heute meine ersten Obergrenner Styles, die ich für Korg gemacht habe, vorzustellen. Viele Yamaha Spieler kennen diese Styles bereits, es gibt dafür auch ein Video, welches ihr euch unbedingt auch anschauen solltet, zumal viele Dinge identisch sind. Ich werde also jetzt kein so umfangreiches Video machen, sondern hauptsächlich auf die Abweichungen eingehen. Positiv aufgefallen ist mir bei Korg, dass es in Sachen Styles mehr Ressourcen gibt. Darum war noch Platz für eine Tram-Spur und eine weitere Midi-Spur könnte sogar noch bespielt werden. Schön ist auch, dass man die Fill-Ins, den Break sowie die Intros und Endings bei Korg schon vor der 1 anwählen kann. Auf diese Weise lassen sich alle Optionen während des Live-Spiels auch ohne Fußpedal gut bedienen. Und jetzt machen wir den Praxistest. Auf geht's! Jetzt schauen wir uns einmal den Obergrenner Walzer an, den ich für den PA5X gemacht habe. Wo sind die Unterschiede zwischen den bereits bestehenden Yamaha Styles und jetzt den Korg Styles? Was ist besser? Was klingt besser? Naja, das ist Geschmackssache. Ich finde beide sehr gut gelungen. Beide Keyboards finde ich ebenfalls gut. Das ist alles auf Augenhöhe ein bisschen Geschmackssache natürlich, aber das soll ja auch so sein. Grundsätzlich ist der Aufbau gleich geblieben, nur die Fill-Ins und der Break ist hier ein bisschen anders, weil Korg hier mehr Möglichkeiten bietet. Das ist also wirklich ein Vorteil. So, und alles andere schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Los geht's! Wir starten mit dem Intro 1 und mit dem Break. Beide sind zweitaktig, frei spielbar. Ganz wichtige Tasten für Durchwechsel, für kleine Unterbrechungen im laufenden Lied. Machen wir gleich ein kleines Beispiel mit dem Seerosenwalzer. Musik 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 Beim nächsten Demo geht es um einen ganz gravierenden Unterschied zwischen Yamaha und Kork-Styles. Das betrifft die Fill-Ins, die man bei Kork beliebig lang machen kann. Hier habe ich die Zweitaktik gemacht. Und man kann bei Kork sie auch unabhängig von den Variationen verwenden. Das macht natürlich viel mehr Spielspaß, weil ich kann jetzt zum Beispiel mit der Variation 1 alle 4 Fill-Ins einsetzen. Und wenn die geschickt gemacht sind, wie hier in dem Fall, habe ich natürlich wahnsinnig viele Variationsmöglichkeiten. Und das ist ein richtiger Vorteil. Schauen wir uns gleich in der nächsten Demo an. Musik So geht es. Selbstverständlich seid ihr nicht gezwungen, ständig viel Ins zu drücken. Diese vier Variationen sind 16-Taktik und spielen in sich schon jede Menge sinnvolle Bassfiguren. Bitte beachtet aber, dass diese Bassläufe immer nur vom ersten Takt ausgehend an den richtigen Stellen erklingen. Meist am 4., 8., 12. und ab dem 15. Takt. Bedenkt auch, dass sich nach jedem gedrückten Fill-In die 16-Taktige MIDI-Schleife ab Takt 1 wiederholt. Ihr müsst also schon überlegen, wann ihr welches Fill-In einsetzt und welche Variation zu welchem Musikstück am besten passt. Die Variationen 1 und 2 sind sehr universell. Sie spielen eher dezente Bassläufe und eignen sich für fast alle Walzerlieder. 3 und 4 hingegen sind sehr speziell. Sie beinhalten kleine Bass-Soli als Lückenfüller oder als Einwürfe für Lieder, die nur wenige Akkordwechsel haben. Beim nächsten Demo kommen alle vier Variationen zum Einsatz. Los geht's. Es geht's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was ich jetzt auch noch kurz erwähnen möchte, ist das Intro 2 und 3, beziehungsweise das Ending 2 und 3. Die sind nur in Dur und Moll zu spielen, so wie das bei allen Standard-Styles von Yamaha der Fall ist. Beide sind sowohl als auch zu verwenden. Man muss halt nur schauen, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Knöpfe drückt. Aber das wisst ihr Keyboard-Spieler ja inzwischen alle. Intro in Dur In Moll Ja, Musik muss Spaß machen. Künstlerische Freiheit. Jeder soll spielen, was er will. Auch mit diesen Greiner-Styles ist praktisch alles spielbar, wie ihr gehört habt. Man muss es nur tun. Immer frisch drauf los. Also noch eine kleine Zugabe. Musik 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 Ja, nach diesem kleinen Ausflug in eine andere Musikrichtung möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen was die Bedienung von Intro 1, Ending 1 des Breaks und aller 4 Villins betrifft Diese spielen in Dur und in Moll und auch in der Septime völlig unterschiedliche Bässe und Arrangements Um ein musikalisch korrektes Ergebnis eurer Darbietungen zu erreichen, müsst ihr also lernen wie diese Styles funktionieren und das schauen wir uns jetzt auch noch an Angenommen ich würde jetzt ein Lied in B-Dur spielen möchte eine zweitaktige Unterbrechung aber ohne die Tonart zu wechseln dann würde ich jetzt das Intro 1 so verwenden Musik Das ist jetzt nur eine Variante so angenommen ich spiele jetzt ein Lied in C-Dur möchte dann aber in F-Dur weiterspielen ein anderes Lied brauche ich also eine Überleitung auch hier wieder das zweitaktige Intro optimal geeignet Musik Genau, eine weitere Möglichkeit einfach C7 greifen und den Rest erledigt das Intro 1 Super In der Volksmusik kommt natürlich oft vor dass man ein Lied steigern möchte also mehr Dampf machen zum Beispiel einen ganzen Ton nach oben gehen das bringt natürlich auch mehr Stimmung wenn ich jetzt zum Beispiel den S-Dur spielen würde möchte nachher in die F-Dur wechseln brauche ich zuvor natürlich eine C7 mit einem überleitenden Bass auch hier wieder Intro 1 beste Lösung Geht doch So, das waren jetzt nur drei einfache Beispiele wie man dieses Intro 1 nutzen kann dasselbe könnte man hier mit dem Break machen beide sind ja im Grunde vom Aufbau her gleich spielen nur unterschiedliche Arrangements also ich kann euch nur empfehlen nutzt die beiden Tasten die sind Gold wert unentbehrlich bei unserer Volksmusik jetzt schauen wir uns noch die Fill-Ins an die sind natürlich auch extrem wertvoll man kann sie auf verschiedene Weise einsetzen zum Beispiel einfach nur als normale Abläufe in der Tonart bleibend zum Beispiel so dann oder als Septimakkord oder eben dann teilen genau da ist viel Musik drin ihr müsst sie nur herausholen also viel Spaß so liebe Freunde der Musik mit dem Walzer sind wir jetzt am Ende ich hoffe die wichtigsten Sachen habe ich erklärt spiele zum Abschluss jetzt noch ein altes bekanntes Volkslied fliege mit mir in die Heimat ja fliegen ist schön aber teuer geworden ja aber wir Musiker verdienen ja extrem gut also machen wir da gar keine Sorgen ich wünsche euch auf jeden Fall mit diesem Walzer viel Erfolg auf den Bühnen dieser Welt und auch daheim im Wohnzimmer und grüße euch noch aus dem Sound Wonderland euer Charlie Servus von bis Jesus bis bis die Musik Musik So liebe Dastenfreunde, falls ihr noch Zeit und Lust habt, schauen wir uns jetzt gleich anschließend noch die Obergreiner Polka in der Praxis an. Die Variationen 1 und 2 sind auch hier wieder wie beim Walzer optimal für Standardstücke geeignet. Von Takt 1 ausgehend spielen auch hier wieder automatisch sinnvolle Passläufe. Man kann sich also voll und ganz auf das Solistische konzentrieren, ohne viel ins drücken zu müssen. Kurzes Beispiel, Hansi Hinterseher Marsch mit der Variation 2. Auf geht's! Musik Auch beim nächsten Demo komme ich mit den Variationen 1 und 2. Ohne viel ins gut über die Runden, weil die Bässe im Hintergrund automatisch ihre wichtige Aufgabe erfüllen. Ich spiele hier eine Eigenkomposition mit dem Titel Ich bin ein Bauermpur. Das MIDI-File findet ihr bei uns im Shop. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, die beste Voraussetzung für einen Unterhaltungsmusiker ist und bleibt immer noch seine Vielseitigkeit und Flexibilität. Er darf sich nicht nur auf ein, zwei, drei Musikrichtungen festlegen und kann zum Spaß sein Publikum durchaus mal mit einer Swingnummer im Polka-Takt überraschen. Zum Beispiel mit Fly Me To The Moon mit der Variation 3. Packen wir's. Musik 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 Und bevor ich es noch vergesse, die Fill-Ins 1 und 2 haben Bass-Soli eingebaut, die ihr zwischendurch, wie im folgenden Beispiel, anwenden könnt. Alternativ könnt ihr aber das Fill 1 und 2 in Verbindung mit der Break-Taste super als Intros verwenden oder als Endings. Dann aber als Abschluss mit der Ending-Taste 1. Es ist also vieles möglich, aber nichts ist fix. Beim nächsten Demo verwende ich die Variationen 3 und 4, weil hier die E-Bässe längere Töne spielen und sich diese eben besser eignen für dieses Musikstück. Diese Überlegung müsst ihr natürlich auch immer anstellen, wenn ihr ein neues Lied spielen wollt mit diesem Styles. Wenn man sich nämlich für die falschen Optionen entscheidet, kann man sich ein Lied durchaus zerstören, nur weil man hier die falschen Knöpfe drückt. Also immer vorher überlegen und dann handeln und dann wird das auch was. Los geht's! Musik 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 Ja und zum Schluss noch ein kleines kurzes Beispiel, wie ihr das Intro 1 nicht nur als Intro, sondern auch als Übergänge nutzen könnt. Da kann man richtig viel anstellen mit dieser Taste, aber ihr müsst natürlich dann auch ein bisschen kreativ sein beim Spielen. Schauen wir mal. Musik 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 So, liebe Musikkollegen, mit diesem bekannten Titel sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche euch beste Gesundheit, viel Freude, mit diesem bekannten Titel. Und er folgt beim Musik und verabschiedet, anements und verabschiede mich mit einem Servus aus dem Soundbonderland. Euer Ösi Ciali. Bis zum nächsten Mal.